Und er holt die Karte von Automotive Shores. Naja, es war kein versuchter Mord, aber sie können ja nicht getroffen haben. Nicht du schon wieder. Gut gemacht. Gut gemacht, ignorieren. Einfach weitergehen. Nicht zurückblicken auf die seltsame Frau. Genau, sei ein Arschloch. Genau, er ist ein Arschloch. Gut gemacht. Okay, also das... Sie hat uns gerade erzählt, dass der Laden dicht gemacht hat. Also wird der Gratis-Shop neu gemacht. Renoviert. Äh, okay. Mit welchem Geld? Aber hey, sie sagt schon, man wird sonst abgestochen. Also von daher. Oh, super. Bravo. Alles kann. Naja, dann wiederum, hey. Es sind im Grunde drei Ecken oder so. Also, ich glaube, auch wenn Rio nicht gerade erhältst ist, obwohl ich seine Arschloch-Attitüde in dieser Katze eben gerade ziemlich cool fand. Wahrscheinlich, weil ich selber eins bin. Ja. Ich glaube, der schafft das ja. So. Barmanio. Viele Sachen, viele Restaurants auch. Aber man kann nirgends wirklich essen. Was seltsam ist. Wahrscheinlich braucht Rio kein Essen. Vielleicht ist er. Und die Musik kommt schon wieder. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist Rio ein Roboter. Wer weiß. Und für dritter Mordversuch Nummer drei. Offizier. Das ist jetzt Offizier. Nicht wirklich nach drei Mordversuchen. Ja, da konnte dich nur jemand überfallen. Schön wieder. Ich nehme dich in diesem Ort in der Morgen. Be bereit, bis 8 Uhr. Ein Ort, um ein bisschen Geld zu verdienen. Du brauchst es. Lippe Synchronisation. Ganz gut, aber nee. 8 Uhr in der Morgen. Nicht vergessen. Also, bisher muss ich ganz ehrlich sagen, die Synchronstimmen, generell die Sprecher, hauen mich nie wirklich weg. Besonders Rio. Es ist wohl in diesem Spiel eher so die Sache Quantität über Qualität gewesen. Sie haben sehr viele Stimmen, aber keine wirklich herausragenden. Von daher. Nee. Ja, Vertrauens-Event. Ein Radio. Ja, zumindest denke ich jetzt. Nein. Das könnte auch eine Antiquität sein. Hallo? Definitiv ein Buy. Man sieht einen Geschäftsmall. Leider am falschen Business-Schreiben. Selbst mit Beleuchtung übrigens auch. Das ist nicht wirklich so die Beleuchtung, die ich in einem normalen Hotel erwarten würde. Und ich glaube, Rio ist auch meine Meinung. Äh, scheint das so? Ich will einen Raum. Keine Vakanz. Joy hat mir gesagt, zu kommen. Oh, Joy. Hast du das gerade echt gesagt? Joy hat mir gesagt, zu diesem Hotel. Oh, heck. All right. Er hat nicht gerade wirklich übermäßig enthusiastisch reagiert. Von daher glaube ich nicht, dass es so gut war. Mach das, Joy. Oh, hey. Ich bin derjenige mit dem Verstand hier. Du mit der Stimme. Leider. Von daher. Mach. So, nach oben. So, was war's? 2.03. Ah, 2.02. 2.01. Doch, das hier. Nein, das wollte ich nicht. Das hier. 2.03. Na bitte. Absolut sicher. Findet keine Sau. Fensterhaft. Was war das gerade? Ein Gähner? Ein Atemzug? Was? Naja. So. Ask owner about address on land. Wo sich... Na gut, ich muss wohl... Hey, you! Ah. Ich will ja gar nicht wissen, was ein Discounted Joy Price genau bedeutet und wie dieser Discount zustande kommt. Aber hey. Riggio braucht Money, um seine Reise vorzusetzen. Von hier an. Den Game-Knopf ist Y, um Geld-Konversationen zu haben. Hey, Geld ist wichtig. Zu den Informationen, um Geld zu kriegen von Porn-Shops, also Pfandleiern, Halbzahl Part-Time-Jobs. Also kurzzeitig und Glücksspiel. Hm. Denkt dran, Kinder. Glücksspiel ist gut für euch. Macht es dauernd. Alles Mögliche. Das Leben wird besser und schöner. Verpasst euer ganzes Geld. Glücksspiel. Na gut, das könnte man jetzt natürlich dem Spiel zulasten legen. Na gut, es ist fertig Glücksspiel. Nur, das Glücksspiel in dieses Spiel ist nicht wirklich... Ah. Ist nicht wirklich spannend. Ist es nicht wirklich aufregend? Sonst wie? Also, ja. Ja. Es ist schief. Was? Hast du keine Wasserwaage, Mann? Im Ernst. Nein! Kauf dir eine Wasserwaage. Sorry. Ich bin in a hurry. Really? Willkommen. Komm mal rein. Entschuldigung. Hallo, willkommen. Ja, das haben wir schon. Kann ich dich fragen, um die Direktionen zu fragen? Entschuldigung, um zu fragen, aber du bist japanisch, nicht wahr? Ja, ich bin. Oh, das ist großartig. Ich bin auch. Wow, haben wir schon was gemeinsam. Ja, mein Vater wurde umgebracht. Ja. Das ist gut. Willst du nicht irgendwie noch drauf eingehen, aber... Oh. Ja. Hallo, would you like some sushi? I'm looking for a pawn shop. Go out and go right. And then turn left. Where you see the Fujiyama sushi side. Wie sind wir hier nicht in Süßland? You'll find the Green Market Pawn Shop. Just past the company. Thank you. Okay. Äh, das wird mir mal richtig zurück. Hier laufen echt suspekte Geschäden durch die Gegend, aber hey. Da ist Ryu. Nur einer von denen und passt direkt rein.